So, weiter geht's mit dem zweiten Part dieser Aufnahmesession. Und ja, das letzte Mal habe ich ja ein bisschen erklärt, wo die Skillpunkte hinfließen. Und ja, da haben wir viel zum Skillen. Und ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir hier auf Add as Touch machen. Aber da wir noch nicht Grit haben, müssen wir das auch nicht machen. Wir könnten da noch die Auren nutz nehmen, wenn wir schon dabei sind. Aber ja, alles nach der Reihe. So, wir gehen jetzt hier entlang. Hier ist nichts. Dann wohin geradeaus hin? Ah ja, hier geht's auch weiter. Komm, Spinnis. Danke, Spinnis, dass ihr mir den Weg freigemacht habt. So. Da ich nicht weiß, ob wir dann auf CI gehen oder nicht, werde ich mal hier die ganzen Banditen erledigen, damit wir einen extra Skillpunkt bekommen. Die 40 HP sind schon nett, aber brauchen wir nicht. So. Weil ich so nicht so defensiv sein will. So, hier ist der Boss, der ist noch recht stark mit diesem Lightning Strike. Aber gegen uns nicht. Wir haben den Zwilling. So. Und schon wieder fast Lightning Strike. Gut. Also, dann gehen wir weiter. Ah, hier haben wir noch einen Reward. Habe ich schon fast vergessen. Da haben wir Flamsearch jetzt. Aber wir nehmen den Fluch für Blitz. Lightning Curse. So. Aber den können wir noch nicht benutzen, weil wir noch keine weiteren blauen freien Gemsockel haben. Oh, der ist nicht schlecht. Also die Schuhe sind nicht schlecht. Die haben aber 20, oder? Ja. Die nehmen wir aber mit und lagern sie. Ah, was mache ich? So. Jetzt. Die lagern wir irgendwo hier. So. Was haben wir denn für gute Sachen für unseren Typ? Ah, hier haben wir zum Beispiel. Ich möchte den hier. Aber Remove Splitting ist schon wichtig. Und, ähm. Einen weiteren haben wir nicht. Hm. Hier haben wir auch nur Schrott. Den können wir doch benutzen. Hier könnten wir noch ein Gem nehmen. Ja, dann haben wir aber weniger den Movement Speed wieder. Aber egal, wir haben schon genug Movement Speed. Ja, dann legen wir die Sachen hier rein. Hier haben wir noch eine Critical Weakness. Und ein Beautiful Gem. Und jetzt haben wir hier den Durch, also den Spike. und gehen zu der Ranke, damit wir weiterkommen. Gehen wir auf dem Weg entlang, dann finden wir den, die Ranken gut. Und schnell. Und schnell. Jetzt kann ich jetzt auch nicht mehr einfrieren, aber dafür Failure Damage machen und das mehr. Oh, hier ist noch ein Champion. Oh, hier ist noch ein Champion. Jetzt sind wir schon recht weit. Fast weiter als der andere Charakter. Die Witch, die Witch, das ist doch mal gut. Gut. Wie ist die Brücke kaputt? Können wir hier Kuh einsetzen? Nein. Da müssen wir außen herum. Schade, dass man mit dem Kuh nicht fliegen kann. Teleportieren könnte man, aber geht halt auch länger zum, also den und wir haben keine blauen Sockel. Hm. Punkt. Hm. Könnten hier mal so reissen. Aber es sind zu viele Bäume im Weg. Oh, ein Abelabsorb. Sehr schön. So kommen wir sehr schnell vorwärts. Ja, schon wieder kaputt. Überall sind die Brücken kaputt. Nicht gut. So, und hier haben wir die Brücke gestrahlt, also den Weganfang, der so bröckeliger ist, das sieht man, da ist nämlich die Ranke, die geht hier hin. Gut. So, die Wahlruinen. Die sind einfach. Das einzige negative sind diese Schießenden, die die Gift schießen. Die nerven schon ein bisschen, wenn man wenig Leben hat. Und hier können wir so richtig durchhacken. Aufwinden recht gut hier. Im letzten Gebiet haben wir einen guten Orb gefunden, hier haben wir auch einen guten Orb gefunden. Läuft. Und hier sind die zweiten Ruinen, also Level 2 von den Ruinen. Ja, hier sind schon mehr von diesen Grünen. Was sind das eigentlich? Behälter? Also so Roboter, die wie Mülltonen aussehen. Okay, wir haben Wahlpakt. Gut. Ich will kurz schauen. Lively applies instantly at 40% Effektivness. Also nur 40% Effektiv. Aber dafür sofort. Nicht in 2 oder 3 Sekunden oder so. Und Live Regeneration hat keinen Effekt. Dafür haben wir jetzt Live Leach. der sofort geht und das ist wichtiger. So. Hier haben wir den Ancient Seal, jetzt ist es dunkel. Das ist mir egal, da wir schon gleich wieder hell machen können nach dem Boss, nach dem Akt 2 Boss. so. Hier hat's nichts gescheitzt. Oh, hier hat's Schlangen. Okay. Hier ist nichts. Ah, da unten geht's weiter. so ich habe immer das Gefühl, ich habe kein Mana, dabei ist es nur dieses obere Teil das ist ein bisschen kompliziert so, also jetzt gehen wir hier entlang ja, wir brauchen natürlich Live Leech zuerst, das bringt nicht viel, wenn wir keinen Live Leech haben dann rechnen wir fast einen roten Sockel mehr, das ist blöd ja, mal schauen, vielleicht machen wir Warpact wieder raus nehmen wir es erst rein, wenn wir wirklich Live Leech haben ok, aber momentan ist es ja gut, wir können Heidtränke saufen, wir wollen wie wir wollen und ja die Gegner sind halt auch hier schon relativ stark geworden mit dem Gift Gift ist immer der schwierigste darum nehmen viele CI das macht Gift ihm nun dann haben sie diese Probleme nicht ich will hier noch schauen, ob wir einen Ding haben eine Wahl einen Eingang das in die Wahl Ding ja, ihr wisst schon, dieser roten Tor denn ich will den restlichen Weg dann in einem neuen Bar zeigen in einer neuen Aufnahme mal wir haben hier noch den Banditen zum killen stirbt doch einfach so, hier haben wir den Waypoint, der ist immer in der Mitte wenn ihr das seht diesen Flag, dann habt ihr eigentlich das Waypoint schon gefunden weil diesen Flag gibt es nur einmal auf jeder Map und das bedeutet, dass Waypoint ist in der Nähe so, und hier haben wir glaube ich irgendwo in der Nähe den Banditen irgendwo also das ist der Greed Ticket das sind wir falsch ah, hier ist der Eingang ok, den schaffen wir auch easy der ist nur ein bisschen zäher macht aber nicht so viel Damage ich will, dass du stirbst ja, aber nicht so ausrasten ja, aber nicht so ausrasten so, haben wir den auch und jetzt haben wir einen Skippunkt mehr dazu müssen wir zuerst in die Stadt gehen weg damit ihr auch ihr seid doch im Weg also hier scheint es kein Tor zu geben hier ist schon der Eingang in die nächste Ebene hier oben auch nicht ah, hier ist er gut was haben wir hier? Shocked Ground ok, Lightning Damage aber keine Lightning Resistance sieht ganz gut ah, das sind diese von Akt 3 diese äh Frösche da hat schon wieder ein Soul F Vergegner so ah ja, diese Grundding haben machen keinen Schaden die machen nur ähm dass wir geschockt sind dass wir mehr Schaden erleiden ab selbst machen sie keinen Schaden keinen Dot nichts ein ein jäbeles Orb oh, hier ist der Gegner und der ist schon tot haha so, und was bekommen wir hoffentlich hier das Gutes hab ich auch schon brauche ich nicht so, schauen wir mal was wir so für Sachen haben alles nur Schrott ach, schade hier aber fast noch ein Level Up komm, wir machen das Level Up noch so, gehen wir nochmals hier hin hier hab ich übrigens einen Wegpunkt vergessen in den Wahlruinen so, Level Up so, und jetzt haben wir hier nochmals 4,20 und jetzt 4,30 also 10 pro Level gut oh, hier hat's noch ganz viele Gegner so, T und jetzt haben wir dann 2 hier haben wir eine 1 und ich glaub da oben also ist es glaub ich auch ein Buch, oder? hier ja, jetzt haben wir eine 2 juhu nehmen wir die Pyramid Apex hin mit und jetzt ähm ja Damage, Damage, Damage hier haben wir Rüstung brauchen wir nicht ähm hier hat es Damage ja, wir gehen einfach hier entlang dann hier rüber, dann hier hoch und haben hier noch Rüstung bräuchten wir noch nicht ja, wir gehen hier hoch und dann hier rüber nach Katalyse ok dann haben wir da noch ähm ein Hand Damage Crusader ok wir gehen aber hier unten durch hier oben es sind zu viele Live Notes also wir wollen das mitnehmen, aber ne nicht so richtig ah, wir haben 2 2 ähm dann werden wir aber vor er packt wieder rausnehmen so können wir gleich 2 rausnehmen die hier rein tun so dann sind wir das nächste Mal wieder ein bisschen zäher und werden hier noch kurz die Sachen verkaufen gut jetzt sage ich euch bis zum nächsten Mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis hin! und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal